Okay, runter. Oh nein. Das Geräusch kommt näher. Das hätte er doch auch. Dieses... Ich kann es unglaublich gut nachmachen. Oh! Hä? Wow! Da stehen drei Schatten. Lustig. Oh, ich hab gerade so Gänsehaut. Ich drehe mich einfach nicht um. Oh, ich dachte gerade... Achso, ja. Ganz normal. Ach, da ist auch noch Blut. Klar, ergibt Sinn. Weil Puppen bluten ja auch. Ich nehme mir... Oh! Oh! Okay, okay, okay. Ich hab's kapiert. Ihr buddelt einfach gerne. Cool, 20 FPS. Danke, scheiß vielen Hände und Arme. Genau, geht einfach wieder rein. Alter! Da! Ein Kopf! Süß! Oh, die Stauern geht gerade übel schwer. Weshalb? Ah, eine Katze! Was kommt? Ach! Ein Gewitter. Oder was? Die wollen auf jeden Fall nicht, dass ich hier hinkomme. So. Tja! Aber ich bin jetzt hier. Was habt ihr? Ne? Ihr habt nichts mehr gegen mich. So. Dann chill mal da durch. Den Frames zu urteilen, kommt viel auf mich zu. Das ist toll. Nein! Ich will nicht. Nein, nein, nein. Bleib. Da oben. Äh, da drüben ist schon was. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, sobald ich da bin, geht's richtig zur Sache. Jetzt erstmal hier die Batterie aufnehmen. Das wird was. Das wird was, Leute. So. Alles klar. Und drüber. Ich hab gesagt, drüber. Ich sagte, drüber. Ich hab gesagt, du hast das drübergehend gespaßt. Geht doch, danke. Ach so, das ist eine Treppe, ups. Ja, und wo bin ich jetzt? Das ist ja nicht mehr bei 303, ne? Ey, bei 3, 301. Aber scheinbar gibt's ja auch gar keinen anderen Weg. Und ich glaub, da rein komm ich auch nicht. Ich kann's ja mal probieren, aber... Ja, ich kann jetzt... Ja, ist Gott sei Dank zu. Was ist das hier überhaupt für eine Gegend? Alter, ernsthaft? Aber jetzt ist die Steuerung ja fast identisch wie bei der... Also, zur richtigen Wii identisch. Also genauso beschissen. Weil die Steuerung auf der Wii soll ja auch nicht wirklich gut sein. Laut dem Rave und, ähm... ein paar englischen Let's Playern. Weil manchmal... Da will dieses... hässlich geteilt einfach nicht nach rechts oder nach links gehen. Und da kann ich ums Verheck nichts gegen machen. Besonders toll ist es dann auch noch, wenn man irgendwie drei Stöcke hoch muss. Ah, okay. Da können wir gar nicht hoch. Positiv. Ach, da können wir auch nicht hin. Cool. Was ist das jetzt schon wieder? Lass mich raten. Ach, scheiße. Schlüssel. Na, jetzt heißt. Ich will wieder runter. Oh! Oh! Okay. Natürlich. Natürlich. Das war so nötig. Ah! Oh! Oh! Auf jeden Fall hat er schöne Reflexe. Das muss ich ihm gelassen. Er kann seine... Er zieht mich schnell durch. Oh! 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 Er kann seine Hände ziemlich schnell bewegen, wollte ich sagen. Ah, ich nehme mir das seit 20 Minuten auf. Das kommt einem gar nicht so lange vor, wenn man spielt. Ja. So. Dann lasst uns mal da reingehen. Was auch immer wir hier machen sollen. Verstehe ich ja sowieso nicht. Ich meine, unser Paket ist kaputt. Und sonst... Wir könnten ja zurücklaufen. Aber nein, unser Weg ist ja versperrt. Und wir können... Irgendwie nicht springen. Also, wir haben nicht die Begabung dazu. Oh! The fuck! Oh, nee, ey. 23 FPS, das wird ja was. Das wird richtig scheiße hier drin. Holy fuck! Oh, nee. Hi, es klingt auch noch jemand. Schön. Mich auch noch nerven, oder was? Alter, ernsthaft. Fick dich. Spinnenweben. Sonstiges auf dem Boden. Tja, hier war man halt Schlange nicht mehr. Der Herd ist nicht mal mehr angebaut. Cool. Ähm. Hey, da hinten blickt was. Jawohl, ne Batterie. Wir haben ja so wenig. Also, in dem Level wird man echt mit Batterien zugespampt. Ja. Ist ja gut. Ja gut, geh mal zur Tür. Willst du kurz was trinken? Bisschen Schleichwerbung machen. Ach! Was ist das denn? Scheinbar ist hier nichts wichtiges. Scheinbar ist hier doch irgendwas. Fuck, das war die Tür. Oh, ich glaube, ich habe ein Standbild. Oh, oder auch nicht. Hä? Oh! Okay. Äh, äh, will ich dich einfach verstecken? Ach, jetzt dreh dich aber bitte nicht nach links, weil dann wirst du dich unglaublich erschrecken. Und ich mich auch. Ich. Oh, fuck. Ah, fuck. Ah, ist wieder klein. Ah, fuck. Ah, nette Augen. Oh! Puh. Puh, das war irgendwie nicht so erschreckend. Nein. Oh, du kleiner, hässlicher. Klappt's. Gut. Ich will das Level auch nur noch beenden. So. Meine Hände sind schon. Also, die Hand ist schon total verschwitzt. Gar nicht mehr schön. Hallo. Hallo. Ah, das sind juba Puppen. Süß. Ich liebe Puppen. Nicht. Ja, die können da ruhig auch... Ach, da ist sogar Blut am Kot... Oh, toll. Wunderschön. Ach, und der springt sogar noch rum. Cool. Fuck. Danke. Oh, ich hasse diese Steuerung. Ich hasse sie. Okay. Dann lass uns mal abhauen. Irgendwohin. Wohin auch immer. Immerhin sehen die Levels nicht linear aus. Das ist schön. Das sieht gut aus. Endlich ein Weg zurück. Glaube ich. Hoffe ich. Okay. 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 Boah, Alter. Oh, nein. Oh, nein. Alter, die ist doch immer hinter dir. Das ist doch klar. Ach, toll. Kein Licht mehr. Cool. Oh, okay. Oh. Okay, okay. Das war... Oh, 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 oh. Hoffentlich fällt sie runter. Das wäre irgendwie lustig. Komm, fahr runter. Äh. Oh. Oh. What? Ja, ja, komm, komm. Da wirst du ja wohl drüberspringen können, du Spacken. Er kann es natürlich nicht. Hi. Ich habe dich voll vermisst. Die sollte irgendwie brüllen. Das wäre viel einsteilflösender. Au. Ja, äh. Wow. Ja, komm, komm, komm. Zeig deine... Freerunning-Moves. Deine Parcours-Moves. Jawohl, du bist am Ziel. Um wie viel Uhr zur Hölle... Ah! Autsch, Genickbruch. Um wie viel Uhr zur Hölle trägt er eigentlich seine Post aus? Das ist ja abartig. Alle, die es betreten, sind verdammt. Es hat sich eine neue Art des Fluchs entwickelt. Das ist sehr schön. Deine Hände haben gezittert wie Junkohle, aber du verdienst etwas Anerkennung, dass du es versucht hast, bis zu Ende zu führen. Äh, bla bla bla. Was du begonnen hast, füge der Mischung etwas. Schneide zu. Bei mir sieht das jedes Mal gleich aus. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch mal eins zocken soll. Okay, ich glaube, das sind echt nur das Unglück eines Wachwarns. Wie viel haben wir denn? Was würde ich denn sagen? Ähm, ich spiele...